Hallo nochmal, ich bin es wieder, hier haben wir mal die Melina, sie kommt von der Norddeutschen, ist ihr ersten Platz gehabt in der Shape-Klasse und den Gesamtsieg gemacht. Wann warst du das erste Mal auf der Bühne, Melina? Wann hast du dein Debüt gehabt? War es das erste Mal? Das war jetzt das erste Mal, ja. Ah ja, cool, okay. Und wie ist das Gefühl gewesen, wo du darauf gekommen bist? Erzähl mal, weil viele gar nicht wissen, was ist das Gefühl, wenn man jetzt zum Beispiel von der Diät, sagen wir mal, oder fangen wir mal von vorn an, wie war deine Diät in den letzten Wochen? Also ich war jetzt insgesamt 13 Wochen auf Diät. Es fing relativ langsam an mit einmal Training am Tag und immer wieder Kalorien reduzieren, bis ich letztendlich die letzten vier Wochen zweimal am Tag trainiert habe und dann wirklich nur 800 Kalorien und es war hart, ja, kann man so sagen. Okay, wie fühlst du dich heute? Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ich habe ein bisschen Durst, weil ich gestern relativ früh aufgeteilt zu trinken und relativ viel geladen habe, aber ansonsten körperlich, alles super. Okay, was für Chancen erhoffst du dir heute hier auf der Deutschen Meisterschaft? Ich hoffe, dass ich unter die Top 5 komme, dass ich auf der Universe starten kann. Auf die Universe. Also das wäre auch das erste Mal, ne? Das wäre auch das erste Mal, ja. Okay, schön. Und hast du noch irgendwelche als Betreuer mitgebracht, der auf dich aufpasst, dein Freund, oder? Ich habe den André Pascal-Volkmann, der ist von meinem Sponsor und der betreut mich schon, seit ich die Diät mache, hat auch alles geplant und alles durchgeplant für alle, der macht eigentlich alles für mich. Okay, also einen starken Mann brauchen wir an seiner Seite auf jeden Fall, aber der unterstützt. Okay, gut, Melina, dann wünsche ich dir alles Gute auf der Bühne. Wir sehen uns nachher und rocken das Ding und ich wünsche dir viel Glück natürlich und dass wir uns auf dem Universum auch sehen. Werde ich machen, danke schön. Okay, danke schön.